ich bin heute im waldhotel forsthaus heinholz in pritzwalk ein einzelzimmer ich habe die nummer 17 ja was sehen wir klassisches einzellzimmer mit einem einzelbett nachttischlampe telefon sessel mit einem kleinen tisch der blick nach außen parkanlage davor die parkplätze ganz nett liegt wirklich abgelegen direkt im wald verrichten ein schreibtisch lan anschluss vorhanden wlan auch beides kostenlos flachbild fernseher auch da mini bar gut gefüllt und falls wer ein neues testament benötigt das liegt ja auch um ja was gibt es noch kleiderschrank das übliche bad mit dusche sauber waschbecken toilette und eine dusche mehr gibt es hier nicht zu sehen inklusive frühstück werden für das zimmer 62 euro fällig allerdings gibt es das frühstück erst ab 8 uhr das empfinde ich schon als etwas spät kann man machen ja nichts besonderes drei sterne klassifizierung geht ok